Bei einem Würfelspiel würfelt man bei jedem sechsten Mal eine gewisse Zahl, zum Beispiel die 6. Klar, wenn es 6 Zahlen gibt, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit für das Würfeln einer 6 bei diesem Laplace-Ereignis genau 1 durch 6, also die Anzahl der günstigen Ereignisse, also 1, durch die Anzahl der möglichen Ereignisse, also 6, 1 Sechstel. Aber das reicht mir nicht aus. Ich möchte gerne wissen und genau vorhersagen können, wie oft ich würfeln muss, um mindestens einmal eine 6 zu würfeln. Klar, das muss deutlich öfter als einmal sein, denn dann beträgt die Wahrscheinlichkeit ja immer noch 1 Sechstel. Hilft man die Poisson-Verteilung weiter? Wenn ich für k gleich 6 einsetze, erhalte ich dann den gewünschten Erwartungswert? Eher nicht. Wenn es zwei Ereignisse gibt, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreffen, dann kann man getrost auf die Binomialverteilung zurückgreifen. Dabei kann ich für jede beliebige Erwartung die konkrete Wahrscheinlichkeit ausrechnen, also ob ich nur einmal oder auch zweimal eine 6 würfeln will. Natürlich ist es wahrscheinlicher, bei 6 Würfeln nur einmal eine gewünschte Ziffer zu würfeln. Das sieht man bereits in einem Kurvenverlauf. Wenn ich allerdings doppelt so oft würfele, also 12 mal, dann wird der Erwartungswert gleich 2. Dieser ist also von der Zahl der Würfe insgesamt abhängig. Alle möglichen Ergebnisse kann man in einer Binomialtabelle ablesen, nur leider ist dort die Würfelwahrscheinlichkeit ein Sechstel nicht vertreten, sondern nur 0,1, 0,2 bis 0,5. Also entwerfe ich erstmal ein sogenanntes Baumdiagramm, welches mit der Zahl der gesamten Ereignisse sich immer weiter auffächert. Die Summe aller Wahrscheinlichkeiten in einer Reihe ergeben aber dennoch immer gleich 1. Beim zweiten Wurf habe ich bereits bessere Chancen auf eine 6, also etwa 0,31 oder 31%. Aber man sieht gleich, wie mühsam das Aufsummieren aller Werte für das Würfeln einer 6 ist, denn auch wenn man insgesamt zweimal diese Zahl würfelt, da muss man die Wahrscheinlichkeit dennoch addieren. Viel cleverer geht es mit der Gegenwahrscheinlichkeit. Diese gibt an, keinmal eine 6 zu würfeln. Nun will ich aber ganz sicher gehen und lege fest, dass ich zu 90% dieses Ergebnis erhalten will. Dann beträgt die Gegenwahrscheinlichkeit 0,1. In der Bienenjahrformel setzt man also eine 0 ein und erhält eine sehr handliche Potenzformel, die man nun nach n umstellen kann. Erst beim 13. Wurf kann ich demnach zu 90% sicher gehen, mindestens einmal eine 6 zu würfeln, denn dann beträgt die Gegenwahrscheinlichkeit weniger als 10%.